Hallo und herzlich willkommen hier bei Dead Space und ich habe, ach ja richtig, ich erinnere mich wieder, Folge 18, Folge 18, ich wollte es nur mal sagen, weil diesmal weiß ich es wirklich und das ist einer der selben Momente, wo das so ist, Folge 18, mich ärgert hier oder mich stört hier in Dead Space so ein bisschen, erstens, dass das mir so ein Grund klärt, dieser Fehler ist, das ist kein grundsätzliches Problem von Dead Space, sondern dass die Kamera irgendwie so, und dass die Maus ja so träge ist, irgendwie das Gefühl, dass man sich in Ruhe nicht bewegt, weil ich kann man irgendwie die Mausempfindlichkeit im Menü noch ein bisschen höher stellen, ich weiß es nicht, so, wir haben, es ist nicht viel Geld, ich werde mal ein bisschen Moon hier kaufen, wie sieht es denn aus, haben nicht viel Geld, aber ich gehe erstmal kaufen, ja Moon brauchen wir, hast du recht, ja, auf jeden Fall die hier, Rippo Kling, nimmt noch das mal in IQ, und dann noch zwei kleine Medi-Kids, das muss reichen, weil ich habe, glaube ich, noch von letztem anderen rum, das ist jetzt gleich richtig hässlich abgehen, richtig, neuer Aufnahme ist ja schon, Ich sollte wohl froh sein, dass Hermit noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Mordes. Ich habe hier drinnen und Opas da. Ja. Merkbar! Aber er hat keine Knoten, oder? Doch, zwei. Ich traue. Ich habe schon das letzte Mal hier eingesetzt. Ich habe keine Ahnung, du wirst schon recht haben. Nein. Wir machen aber TP, würde ich sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ach genau, und dann haben wir uns entschieden, dass wir die beiden erstmal nicht hier investieren. Okay. Echt? Ja. Weil wir erstmal genug TP hatten und eigentlich unsere Waffe verbessern wollten, aber es ist cool, es ist cool. Naja, ist jetzt anders. Er hat mich unentschieden. Ja, ne, das kann man lachen. Das kriegt man nicht auf, Frau. Ne, die leuchten aber auch nicht so grün. Ich muss mal gucken hier. Na, geh einfach raus, was kann schon passieren. Hast du übrigens eine Tür vergessen? Hm, habe ich auch gesehen. Ich wollte irgendwas sagen, aber ich habe keine Ahnung mehr was. Aber es wird schon nicht wichtig gewesen sein. Ist aber auf der Arsch wohl recht hier. Doch, gereicht. So, die kriege ich nicht auf. Kriegt man nicht auf. Weiß nicht, vielleicht wenn du draufzutzt, dann bricht dich viel Wut. Ne, nicht mehr mit. Aaaaaaah! Kein viel Wut. Erstaunen mich. Oh, faul mich. Na gut, das war jetzt ja nicht so übelst ergeblich. Ich lau, aber hier klemmen wir meine Waffen alle nach, wenn ich hier immer Ruhe habe. Ach, du ist so ein ausgefuchster Kerl! Männ, schmänn, schmänn. Alle Frauen wollen dich, wenn alle Männer wollen so sein wie du groß bist. Das möchtest. Keep moving! Blut auf dem Boden, das verspritzt doch eine heimliche Idylle. Versprüht. Ja. Verspritze hier auch so einiges. Ne, nicht bei dir. Ich wollte es nicht sagen, ja. Was du bei dir zuhause machst, ist mir völlig wurscht. Aber hier wird die Schweinerei nicht gemacht. Nicht? Nee. Das ist ein Wort ohne Unzucht hier. Den Fettschlauch, der sich immer regeneriert hat, den hatten wir erledigt, oder? Den hatten wir erledigt, ja. Der war so ein Kybernit. Ach, ja. Ich habe auch das Gefühl, dass wir den nochmal treffen, dass er nur temporär gefroren ist. Ja, habe ich auch so das Gefühl, dass dieses Arschlauch den wieder auffängt. Ja. Guck mal wie viel TP wir haben, das ist echt gut. Ich will hier nicht rein. Ja, na dann geh zurück und äh... Wir beenden das Let's Play. Ja. Gibt sich auch zu sagen. Hier ist er. Daneben. Scheiße. Ja. Cool. Die bist mir am Boden. Die Idee war noch nicht schlecht. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo es nicht mehr geklappt hat. Da sind die alle. Das ist nicht durch. Genautzt. Äh, was hatten wir denn das letzte Mal für eine Taktik? Da hatte ich es doch fast geschafft. Ja, du fragst mich jetzt, was du vor zwei Wochen gemacht hast. Du bist vor zwei Wochen auf jeden Fall nicht an so einem Ding hängen geblieben. Ich vermute, du hast einfach ohne Taktik so lange drauf gehämmert, bis alle tot waren. Und dann keine Wunnen mehr gehabt und es kam trotzdem noch einer. Also noch nicht die beste Taktik. Also irgendwie sowas konnte ich mich auch noch erinnern. Da gab es keinen Quick-Safe, ne? Also wenn du es hier noch besagst, bist du wieder auf. Ey, auf zu zielen! Hallo! Und ich glaube, der Modus ist zwar ganz super, er zielt nur, er zielt die ganze Zeit. Ja, bitter. Echte Hand! Oh nee, komm doch! Er hat mich auf Kürze zählt! Du lebst doch noch, du lebst doch noch! Ich hab's drauf! So oder so! Na, irgendwie so ein Viech! Ja, hinter dir. Das überlebt hat. So, na, war doch super! Jetzt will ich bloß mal diesen Zielen-Modus beenden. Bist du im Zielen-Modus? Achso. Oh, feststellt hast du. Ah! Hast du die feststellt hast du? Oh, wir können die deaktivieren, wenn du möchtest. Naja, nur nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich es auch geschafft, dachte ich. Und dann kam aus irgendeiner Ecke noch ein Viech. Ja, vielleicht findest du ja jetzt eine Speicherstation und dann stellst dich besser an. Oh, hier ist... Vakuum. So, nee, ich kann ja bloß nicht atmen. Der Apparat-Boss, oder? Ich glaube, den hatte ich das letzte Mal. Oh, aber ich... Ich bin mir auch noch ganz sicher. Ich kann's dir aber ich nicht sagen. Ah, hier haben wir schon wieder biologische Aktivitäten. Nein, nein. Aber wer bin ich, dich zu kritisieren? Und Gott, das will... Wenn du nur ein einfacher, kleiner Spieler hast... Ich bin eine Speicherstation. Ich könnte jetzt zurückgehen. Auf dem schönen Erzgebirge. Das wäre schon richtig evil irgendwie. Was? Einfach zurückzugehen. Das wäre übelst evil, du glaubst es mir. Oh, guck mal, das ist ja ein Apparat. Achso, da sind hier auch Mr. Kiki-Fans. Der ist hoppenäckig, du. Der will den Tod sehen. Nee, so wird das nicht. Wiehst du, muss man ordentlich ein Lümmel absägen und schon läuft die Geschichte. Schon warf die Geschichte. So, ich glaube munitionstechnisch wirst du langsam am Rande des Zumutbaren. Cool. Ja. Ich glaube hier muss ich dann hoch. Aber hier war doch noch so ein Zweler, der so den Nebel versprüht, dachte ich. Na, wir haben doch sicherlich, äh, mit B kannst du doch angucken, wo du hin musst, oder? Rennen wir eben rum, oder? Ja, ich höre zumindest noch was. Da muss ich hin. Das wird vermutlich der sein, der diese Gase versprüht. Da ist auch kein Vakuum da drin, das ist einfach nur giftiges Gas. Oh, war doch vorher leicht. Die Waffe so relativ imbar. Ja, ne? Erst haben wir gedacht, die taugt nix, aber ich glaube in Wirklichkeit haben wir die ganz schön unterschätzt. Ja, die macht ja guten Flächenschaden. Na, gute Flächen. Das ist ja mein Apparat. Ich glaube, das hat mir das letzte Mal geknickt. Ja, das ist doch ganz schön sicher. Das ist mein Braschie. Aber zumindest war gegen diese kleinen Viecher dieses Teil effektiv. Oh ja. Dann nebben. Na gut, für den Ehen wollte ich jetzt nicht noch ins. Na gut. Das lief doch eigentlich recht professionell. Ich weiß gar nicht, warum du letztes Mal so Probleme hattest. Ich hätte es für den zum Beispiel keine Mut drauf gehabt. So, dann gucke ich mich hier nochmal um. Ach, hier nebelst du auch immer noch. Naja, dass es nun gleich verzieht. Ich meine, wenn ich ordentlich einen ziehen lasse, ist es auch nicht innerhalb von zwei Sekunden wieder weg. Meinster. Kennst du doch. Ich will jetzt bloß nichts vergessen, darum geht es mir. Ja, ne, das ist richtig. Oh, hier war ich schon drin. Den habe ich schon platt gemacht, den Stinker. Das ist doch Pupigun Nummer 1. Der hat hier auch einen A-Kanon, du. Die A-A-Kanone. Und hast du denn schon, verfolgst du, verfolgst du unsere Kommentare? Seltener, muss ich ehrlich gestehen. Ist auch, glaube ich, relativ schwierig, weil die ausgeblendet werden, sobald die jemand ist. Bei der Atmosphärenauswertung wurden Giftgase registriert. Ein zuständiger Techniker wurde informiert. Wir haben einen Spielewunsch bekommen. Der nennt sich, glaube ich, Pine Drive, oh, da müsste ich jetzt liegen, Pine Drive irgendwas. Auf jeden Fall sah das aus wie auch so eine Art Horrorspiel. War auf jeden Fall lustig. Ich weiß nicht, ich habe davon noch nie was gehört. Das ist wohl irgendwie letzten September rausgekommen von einem deutschen Entwickler. Es war medial kaum präsent, deswegen ist es auch komplett an mir vorbeigegangen. Es gibt ein paar wenige Bewertungen, sind aber alle recht durchschnittlich. Aber solange das Spiel gruselt, ist das ja auch eine gewisse Art der Unterhaltung. Ja, auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall einen gewissen Unterhaltungswert. Ich weiß, ich kann es ja mal im Hinterkopf behalten. Das war immer. Ich weiß nicht, es sieht ein bisschen aus wie hier Locust, die mit Emulsion in den Problemen gekommen sind. Außer hier so warm. Ich weiß nicht, es ist noch immer. Ich weiß nicht, es ist noch immer gemein. Ah, das ist ein bisschen meiner Geschichte. Nice. Ja gut, wenn man die aus der Ferne erwischt, dann sind die relativ einfach. Ja, richtig. Wenn das 그렇게 ein Wenn nicht wäre. Richtig, richtig. Oh, hier. Mund, 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 Mund. Mund, 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 Mund. Mund, 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 Mund. Wir sind nicht durchgeknallt oder so. Nein, oh Gott. Du läufst völlig falsch, aber es ist gut. Ich habe immer so das Gefühl, dass hier noch eine Nebenquest ist, die ich nicht verpasse. Weil meistens ist es ja hier so, in dem Spiel, dass dir wirklich nur ein Schlauch zur Verfügung ist. Ich wäre nicht mehr... Aus so vielen Kettensägen, die werde ich mal ein paar wegwerfen. Ja, das Achterpacken kannst du wegwerfen da unten. Und was ist denn das daneben jetzt hier? Was ist denn das für eine Multi 3? Achso, die brauchen wir auch. Gut, ich nehme das jetzt erstmal mit. Mal sehen, was hier drin ist. Das ist ein klassisches Problem. Egal wie viel Platz man hat, das Inventar ist immer zu klein. Den kann man nur noch Staser aufladen. Das ist ja echt interessant. Was war das? Mit Steuerung kannst du, glaube ich, die Position wechseln. Dann kannst du einfach mit Chinesen die grüne Box an dich ranziehen. 1100 Credits. Ist immerhin was. Wie ging das? Steuerung. Ah, und jetzt, alles klar. Told you. Ja, dass du da hinziehen musst. Das ist fies. Das ist echt fies. Ja, das wäre fast schief gegangen. Ich muss wahrscheinlich dort drüber haben. Äh, naheliegend, ja. Ich würde sagen, du kannst auch über Eck gehen. So, aber hier will er, ähm, Magnet. Magnet? Ja, hier ist das doch so ein magnetisches Symbol. Aha. Boah, lass mich in Ruhe. Ja, mach einfach durch. Wenn sie schmelzen. Ja, da. Ist das eine Frage? Ich sehe es nicht. Mach die Augen auf. Oder? Weiss ich nicht. Da ist tot. Ja, da natürlich. Es ist kaputt. Es ist kaputt. Jetzt sind mal die Munition oder was er gedroppt hat mit. Ja, wo ist das? Warte mal. Nee, das ist von der rechts eher. Ja, das auch. Ich glaube, das andere hat auch noch was gedroppt. Das andere Vieh. Äh, eher rechter Hand liegt das. Rechts. 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 Ja, da kommt eine Sache näher. Da ging doch. War ja gar nicht so schwer. Du hast ein bisschen davon müssen, oder? Kannst du dich nur mit Chinese aufhebeln. Ich finde es ja gut, dass man Chinese unendlich hat. Nee, ich muss sie mit Stase aufhebeln. Ach so. Hä? Wie war Stase? Ist das auch Stase genutzt? Ja. Wie war Stase über C? Nee. Hä, wie habe ich das von uns aufhebeln? Na mit Chinese und dann rüber. Ja. Tatsächlich, ja. Wo hast du Zufahrt? Allein schon die Frage, wo ist Stase? Impliziert ja, dass du es vorher nicht so gemacht hast. Ich frage mich, warum die Viecher uns eigentlich so feindlich gesinnt sind. Ich meine, effektiv haben wir denen ja nichts getan. So langsam macht sich bei mir auch wirklich die breit, dass wir falsch sind. Die breit? Ja, die Vermutung breit. Aber meistens ist es ja in dem Spiel so, dass wenn du nicht weiterkommen sollst, kommst du auch nicht weiter. Von daher gehe ich jetzt hier einfach mal weiter. So. Ende der Schwerelosigkeit. Ja. So weit, so richtig. Bis jetzt. Ja, natürlich blöd, wenn wir den ganzen Weg jetzt hin losgegangen sind. Aber. Luftfiltersystem noch aktiv. Das betriebende Filterungsröven ist äußerst gefährlich. Du musst hier hin, nachdem du diese Sachen deaktiviert hast, von der gerade gesprochen wurde. Okay. Es ist sicherlich empfehlenswert, das noch zu machen. Wow, ich komme eben nicht weiter, weil dort die Tür geht nicht und der Lift ist auch defekt. Na gut. Na gut, sagst du. Dann werde ich den Weg zurück gehen, den du hier fälschlicherweise schon gegangen bist. Das ist mal ein Deal. Das ist mal ein guter Deal. So machen wir das. Super Sache. Immerhin hast du mir die Monster schon aus dem Weg geräumt, ist ein Anfang. Und dann sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Let's Base. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao. Hau rein. Tschüss.